Hier kommt einer auf den Pferd! Wie ist die Gammelwaffe? Links! Erdauerts, Lukas! Oh, was? Oh, enemy head! Aber ich bin richtig tot. So, jetzt krieg ich aber mal los, ne? Jetzt hört's aber auf. Junge, das gibt's doch nicht. Scheiß Pferd! Ey, man kann übrigens die Brücke zerstören, ne? Ja, das haben wir uns wahrscheinlich erzählt. Wird das erzählt? Wollen wir zu gehen? Hier kommt er auf seinem Pferd! Ferdinand! Warte, ich belebe dich wieder. Nein, ich liege, hol mich! Er kommt schon wieder! Hol mich, Mathe! Ich hab ihn! Ich hab ihn, glaub ich, sehr sauber! Irgendwer schießt noch auf uns hier, da hinten! Hinter uns, hinter uns! Da, wo ich hinschieße! Hier liegt die dicke Medikiste! Junge, enemy hit! Ich geh nicht, ich hab wo! Okay, ich glaube, er ist tot! Hinten auf dem Dach noch! Oh, oh! Die Granaten drauf! Ich hab noch zwei Leben, Jungs! Der tot! Ja, ich hab ihn! Sauber! Sauber, er ist weg! Kannst du mich holen? Wo bist du? Oh, ne Kade hab ich, ne? Das ist schwind! Noch liege ich! Oh, deine Leife ist nicht da! Ich höre, ich lieg ganz weit hinten auf einmal! Ich möchte keine Munition mehr! Jungen, Junge! Der ist ausgestiegener, Mario! Nein, ich muss nachladen! Einen hab ich! Links! Leg dich hin, leg dich hin, leg dich hin! Oh, ne! Oh, hier ist gerade einer gespawnt! Junge, nein! Nein! Oho! Keine Munition mehr! shapester returning. June. Oh, danke! Kein schon auch gebrauchen! Haben wir Mehdi? Munition kann ich gebrauchen. Junge, ich bin fast tot. Wo bist du? Ach, Whatever! Alter, das war knapp. Nice, ich hab einen geschaufelt. Liebtsam. Ist er da noch? Oh nein, der messert mich. Oha. Ich hab einen. Ich hab zwei. Pferd. Pferd kommt, Mavi. Ja. Oh, Junge, was? Ich hab einen Panzer. Die Nate hat mich getan. Oh, ich hab zwei Leute geholt. Mist. Oh, ich hab einen Schwerbehaus, das war aufhörbar. Da ist einer. Oh, direkt hinter dir. Vor dir. Oh, ich treff ihn auch gar nicht. Junge. Oh, ich hab ihn mit einem Pistol. Alter, Junge, tut mir leid. Ich hab so hart daneben geballert. Wir haben ein ganzes Magazin daneben geballert. Mavi, gerade zu, ist noch einer? Ja, ich seh ihn. Er liegt. Mavi. Sauber. We have the upper hand. Flammbäferball, gerade zu von dir aus. Er kommt jetzt zu euch. Markiert. Oh, nee, das ist kein Flammbäferball. Oh, nein. Hier kommt's Auto. Er kommt zu dir, Jan. Jan, hat uns ja gar nicht. Hinter uns. Hinter uns. Er kommt. Ich hab ihn. Alter, Junge, der wollte euch flankieren. Oh, ich mach den. Nein. Oh, was? Steigt aus, der Assi. Was? Junge, der Flammbäfer ist durch meine Tripwire gelaufen und ist nichts passiert? Er hat 88 Schaden. Wie bitte? Ich glaube, ich glaube auch, dass die verpackt sind, ey. Weil ich hab noch nie einen Kill damit geholt. Doch, doch, ich bin dadurch schon gestorben. Ja? Ja, ja. Aber trotzdem, er läuft da durch, Alter. Wie, was ist das? Was, Junge, was war das denn? Oh, Junge, da hinten war noch einer. Ich hab den auf Entfernung geholt, ne. Junge, da sind... ...1000 Snifern schon wieder tot. Ey, das geht's doch nicht. Junge, hier drin, Lukas. Ja, ich wollte ihn grad messern, aber irgendwie hat er das nicht gemacht. Achtung, da kommt noch einer. Wo? Oh, ich bin fast tot. Hier den Gang. Tot. Ich bin nicht von euch geboren. Da den Gang rein. Die Straße, ich bin echt. Oh, hier ist er. Oh, Junge, ich hab mir die Kniescheiden weggeballert. So, wir sind wieder am Start. Wo geht's lang? Achtung, kannst du den Fanzler hinter uns? Ja. Oh, nein. Hinter uns. Achso. Ja, okay. Ja. Was war denn jetzt, doof? Ah, scheiße. Junge, da steht der Panzer. Alter. Marvin, auch zu C. Ja. Da recht läuft einer, liegt. Liegt nicht mehr. Mal weit weg. Ah, ich lopped daumen. Mal weg. Panzer, Marvin, manch wo? Marvin, kannst du eine Granate draufschmeißen? Direkt in der Mitte, ist markiert. Ja. Ich mache mir schon Schaden. Sauber. Heavy take damage, nur. Nur einer drin. Was sind noch C4? Nee. Weg, weg. Ich hab's nicht nur so angemacht. Oh, schnell. Wo ist die Flak, wo ist die Flak hier? Ja, die Säbel, die Säbel. Er ist ausgeschieden. Oh, ich wollte gerade rein. Ja, da war auch einer. Irgendwann, ich hab einen. Ja, ich weiß. Oh, fuck. Oh, ich denke. Fotze, ich hab ihn schon gehittet. Wo ist er? Er ist beim Panzer. Der ist beim Panzer. Komm zu dir, hab wieder reingegangen. Pferd. Oh nein, wo? Bei den beiden, in der Mitte. Ja, es kommt. Oh nein, er hat mich übergerettet. Er hat mich übergerettet. Hab ihn. Oh, Junge, Maxi, ich hab ihn. Ja, ja. Sehen aber nicht mehr. Junge, oh. Aber das drückt hier weit. Warum geht er nicht rein? Diese Runde schon wieder. Da sind die nicht alle bei D. Oh, Junge, ist war das drin. Junge, was ist denn das hier? Hast du ihn? Ja, Fotze, Alter. Ja, Mann. Von dem Ding da. Ist schon tot. Von der Kanone. Achso. Aus, Rainer. Unmöglich, irgendwen zu treffen mit dem Fahrzeug. In der Fahrt. Oh, Junge, ein Glück. Headshot. Mann, ein knappes Ding. Oh, das war mit ihm los. Verdaffeln. Hat er hier gehangen? Nein. Hey, Junge. Marvin, war da oben einer? Ja. Gleich rechts, wenn du in die Tür reinkommst. Gleich rechts, wenn du in die Tür reinkommst, steht er. Gleich rechts, gleich rechts rum. Nice. Hab ihn. Oh, schnell. Oh, noch einer. Oh, gerade einer gespawnt. Bitter. Oh, welcher Spaß hübt der da die ganze Zeit. Ah, Mann. Er zucht. Der Zug ist nicht klar, Backe. Achso. Jetzt war was da. Rechts, Jan. Ja, ich seh'n nicht. Überall, ich hab'n Dach. Oh, da ist noch einer. Da ist, Jürgen, da war genau vor mir noch einer. Ja, Alter, was? Ach, oben drauf war auch noch einer. Jürgen, da waren tausend. Da waren ja beide. Jürgen, da haben wir mal. Schwarz, Jürgen, da war noch was. Genau, du bist gestorben, oder hatte ich ihn auch? Hinter uns, Mavi. Ja. Was? Wo? Der Junge. Keine Ahnung, war weiter weg. Über tausend Ecken. Jürgen, 300 zu 130. Was ist das denn? De Fett. Das, äh. Schwarz. Das, äh. Bis zum nächsten Mal.